Stellt euch vor, ein kleiner süßer Clown namens Banks entdeckt den Strand für sich. Plötzlich findet er eine riesige Abenteuer-Hipfburg, einen Pikachu im Bikini und das Abenteuer beginnt. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, liebe Freunde. Ich komm nicht hoch. Da sind Leitern. Nein, es ist aber eine Truhe. Also, warte. Wir haben heute ein Bikini an, denn wir sind auf einer Wasser-Hipfburg. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Banks, aber ich denke mal, viele von euch werden sie kennen. Sie sind im Urlaub oder so, immer am Strand. Da sind sie genauso auf, überhaupt mit den gleichen Farben, mit dem gleichen Zeug. Danke an meine Crew an dieser Stelle, die das Ganze hier gebaut hat. Wir werden hier heute ein Lucky-Loot-Battle im Bikini am Start haben, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da. Jetzt geht's los. Wir looten die Chests ein. Also looten wir jetzt ganz normal. Jeder lootet erstmal seine eigene Chest. Dann die ganzen Chests, die wir hier jetzt gefüllt haben. What the fuck? Und am Ende gibt's nochmal einen tiefen Sprung ins Meer. Dort unten versteckt sich nämlich gleich eine Plattform und dann noch eine Sieger-Chest. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich gehe auf die Seite, du gehst auf deine Seite. Ich sehe die Plattform. Jetzt würde ich sagen, looten wir. Ich fange an mit der linken Seite und habe nur einen Phantasial-Lucky-Block. Schade, schade. Oh, ich bin noch im Game-Mode. Rechts. Da hat er sich fünf gegönnt, Leute. Das wird ein Durchmarsch, Leute. Ja gut, dann mache ich weiter. Ich nehme wieder links. Oh, jawoll. Diesmal... Ne, links. Ne, ich nehme wieder rechts. Jawoll, richtig umentschieden. So muss das. Oh shit, okay. Okay, jetzt die Frage, bist du bei links geblieben? Ich nehme mal links. Oh nein, nur einen Death Note. Du hast abwechselnd gemacht. Rechts. Nein. Nur einen Death Note. So, dann nehme ich jetzt nochmal links und... Rinnig. Scheiße, nur ein Galaxy. Links, fünf Galaxy. Das sind sogar wirklich fünf. Eins, auch... Du hast so verloren, Alter. Nein. Das wird so abgehen. Nochmal links. Jawohl, fünf Nerd-Lucky-Blocke. Okay, ich weiß noch nicht, wie gut die sind. Letztes Mal hatten wir nur einen davon, aber trotzdem... Links. Und fünf Nerd. Du wirst so auseinandergenommen heute, Beats, sage ich dir. Das ist Wasser gefallen. Okay, jetzt die Frage... Das wird nochmal minus drei Blöcke abzucht. Ja. Minus sechs Blöcke abzucht. Ja. Du hast ja nicht mal sechs. Okay, fang schon mal an, während ich hier hochkletter. Rechts. Und fünf Nightmare. Ich nehme auch rechts. Jawohl, fünf Nightmare. Oh mein Gott. Ich habe bis jetzt alles richtig außer einen. Und das waren auch noch die, ich glaube, schwächsten Blöcke sogar bisher. Oh shit. Okay, weiter, weiter, weiter. Links. Jawohl. Und dann hast du... Mein Inventar ist einfach voll schon. Was ist eigentlich der bisherige Rekord mit richtigen in einer... Ich weiß, ich glaube, acht oder so. Nee, ich glaube, acht hat er noch nie jemand. Ich nehme links. Nein, nur ein Infinity. Ich nehme auch links. Und fünf. Warte, ich habe immer richtig. Das geht ab, weil ich muss jetzt schon den Rucksack nehmen. Holy shit, das ist ein Safe-Rekord. Zuschauer, sagt mal, ihr wisst das doch bestimmt. Was ist der Rekord? Also ich weiß, dass ich einmal richtig viele hintereinander hatte, aber dann hatte ich voll oft die letzten dann falsch. Das weiß ich nicht. Ja, falls ihr wisst, schreibt in die Kommentare. Ich nehme jetzt die linke Seite und wieder falsch. Das gibt es nicht. Ein Emerald. Oh, jetzt, wenn ich jetzt richtig habe. Wenn ich jetzt richtig habe, ich sage rechts. Nein, alter, falsch. Scheiße, Mann. Okay, jetzt stellt sich auf die obere Chest. Dann laufen wir weiter bis zum Ende. Also da ist ja quasi Ende des Ganzen. Da springen wir runter und da unten verbirgt sich eine Chest mit allen Lucky Blöcken nochmal drin. Warte, da muss ich auch kurz mein Inventar ein bisschen leerer machen. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall praktisch. Ja, ich bin bereit. Okay, dann geht's los. In drei, zwei, eins. Let's go. Okay, ich muss jetzt hier einmal hoch. Du hast, glaube ich, einen leichteren Weg, aber? Ja, ist gegen, ist gegen. Wir haben beide relativ mittelmäßige Wege hier runter zu kommen. Okay, jetzt ist hier stockduster. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe eine Helligkeit. Ich sehe alles. Let's go. Nein, ich habe die Plattform nicht gesehen. Okay, jetzt sehe ich sie. Die Kiste. Oh mein Gott, komm, 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 komm. Ja, ich habe relativ viele bekommen. Du hast alle bekommen, glaube ich. Alle? Nee. Nee, einen Galaxy habe ich gar nicht bekommen. Okay. Let's go, Infinity. Yo, ich bin immer noch unter Wasser. Gewonnen. Als ob. Nein, keine Ahnung. Normale Posten. So, jetzt können wir auch starten. Also hier auf den gleichen Plattformen öffnen wir die Lucky Blöcke. Gewonnen. Ja. Nein, jetzt aber wirklich. Yo, Drosti Game. Ja. Als ob. Als ob. Yo, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall 2-0 für mich an dieser Stelle. Und da hinten battlen wir uns dann auf einer externen Spielplattform, würde ich mal sagen. Okay, wir fangen mal an mit den Death Note Lucky Blöcken und ein Mega Creeper. Okay. Ey, du hast jetzt schon so gute Sachen bekommen. Was sind das? Das sind Psychopathen Blöcke. Die kann man setzen. Was kommt denn da raus? Steht da überhaupt Psychopathen? Na, ich habe ja auch so eine verrückte Werkbank bekommen irgendwie. Irgendwas mit Psychopathen. Aber da kam Dias oder so raus. Okay. Und da sind Bomben drin. Wieder Dias. Droppen die auch noch andere Sachen? Wieso kann ich aus den Bracheneiern kein Shade Material machen? Ich glaube, dafür brauchst du einen extra Lucky Block. Das haben mir Leute nämlich letztes Mal in die Kommentare geschrieben. Aber der Shade Lucky Block ist eigentlich installiert. Ja, klar. Wir haben den ja. Aber geht nicht. Ich habe es gerade probiert. Gandal ist das, Alter. Das haben nämlich so viele Leute reingeschrieben. Man kann aus Eiern hier in diesem Mod Pack und Addons Pack. Aus Dracheneiern, wohlgemerkt. Aus Dracheneiern meine ich ja. Keine, kein Shade Material machen. Keine Ahnung, was da überhaupt drin ist. Eigentlich geht das schon. Aber es wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird das nicht vom Shade Block kommen, sondern von einem anderen Block. Ja, das kann sein. Oh, und den wirst du nicht haben, welcher auch immer das ist. Oh Gott, was ist das, Alter? Oh, okay, wir haben wieder diesen hier. Der ist, der ist nice. Du tradest doch hier, äh, wo du tradest ja nur Unsinn. Oh, ich habe L-Boots. Nice, die waren beim nächsten Mal. Die Chessblade war geil. Nein, Alter. Ich hatte das L-Sword, das war geil. Jetzt habe ich L-Boots. Was, was, was? Ich hatte eine Karotte und dann hätte ich mit dem, was geil ist, traden können. Aber ich habe die Karotte weggeschmissen, weil wozu braucht man schon Karotten? Mann, Alter. Oh, nice, die ist geil. Alter, die ist geil. Volker's und Potion. Necrophantasia MK2. Nice one. Die hatte ich, glaube ich, noch nie aus Lucky Blöcken bekommen. Also ich kenne sie, aber die hatte ich selbst noch nie bekommen. Nur welche, die so ähnlich aussahen. Okay, die können wir uns auch nochmal mitnehmen hier. Ich habe auch einen Brain Block. Ich weiß nicht, was der kann und was der macht, aber... Bau den mal ab, da kann tatsächlich was rauskommen. Ich weiß aber nicht, was... Oh, scheiße, nein! Also ich habe bis jetzt nichts Schlechtes, aber auch nichts Krasses. Komm, Nerd Lucky Block. Enttäusch mich nicht. Und, 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 was ist denn das? Und noch ein Galaxy Helm oben drauf. Irgendwas ist hier gespawnt, aber das macht gar keinen Sinn. Oder ist dazwischen was? Doch, da ist was. Hä? Jo, das ist einfach eine Falle. Aber ich habe einen Galaxy Helmet. Nice. Huh, dann habe ich auch. Als ob. Das ist sowas von bitter, was hier heute schon wieder passiert ist. Cool Phantasia wäre noch ganz geil. Oh! Nein! Da war ein Creeper, ey. Ja, ich kann nicht teleportieren. Das ist nice. Wunderblicken. Ich habe eine Y-Chessplate und ein My Leggings bekommen. Die sind tatsächlich nicht schlecht, aber wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch was besseres bekommen. Zum Beispiel Full Phantasia. Wie jetzt gerade. Nein, Spaß. Fertig! Als ob, du bist schon fertig? Wie schnell geht das denn bei dir? Sigma Boots. Ich finde die Namen echt cool. Da sind tatsächlich interessante Lucky Blöcke dabei. Okay, beziehungsweise interessante Rüstung von den Lucky Blöcken. Aber ich weiß nie, was die tatsächlich am Ende für Effekte geben. Oh, das ist ein rotes Schwert. Nein, 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 nein. Nicht unter Wasser gehen, nicht unter Wasser gehen. Nein, wir bekommen es nicht mehr, oder? Doch, hier liegt das Schwert noch. Ist es, ist es das wert? Bloodsword. Ja, es war echt nicht schlecht. Okay, dann töten wir uns jetzt, weil mehr können wir nicht machen. Sechs Nightmare Lucky Blöcke aber nochmal. Okay, okay. That is nice. So, das brauchen wir nicht. Nächster Äpfel. Dann noch ein... Ah, nee, das ist ein Red Diamond Sword. Ist genauso wie das Bloodsword. Das hat noch die gleiche Textur, heißt nur anders. Zwei haben wir noch. So, oh, nochmal ein paar Dias und Schweine. Dann noch die letzten Camels. Oh mein Gott. Ben, ich glaube, ich werde so untergehen heute gegen dich. Das, was du gesagt hast, das ist so vielversprechend, so voll. Oh, ich habe den Stapel, ich habe das krass. Und ich habe das krass und das krass. Mann, ich habe hier Infinity Orbs und Infinity Gems. Aber ich weiß nicht, wie die Crafting Rezepte sind. Dann habe ich nur noch ein Emerald. Ah, nee, ich habe hier noch welche drin, oder? Ja, ich habe hier noch ein paar. Okay, aber einen letzten Emerald habe ich noch. Oh, ein Villager. Was ist das? Ein Hero Sword. Sieht cool aus. Hatte ich noch nicht, aber lohnt sich nicht. Heroes Bow. Kann man sich eigentlich mal nehmen, ne? So ein bisschen hier. Wir bauen uns noch mal ein paar von den Emerald Blöcken hier ab, damit wir uns was kaufen können. Das sollte auch schon reichen. Ich nehme mir mal noch so ein Lucky Cookie hier mit. Ich glaube, die sind ganz gut. Dann so eine Potion. Dann so eine Evil Potion noch. Was gibt es noch? Den Rest brauchen wir aber nicht. Doch, doch Pfeile, tatsächlich. Komm, dann gönnen wir uns noch ein Lucky Cookie. Wunderbar. Werfen jetzt ein bisschen hier davon raus, damit wir ein bisschen Platz haben. Und nehmen die letzten Lucky Blöcke raus. Tatsächlich die allerletzten vier Stück. Davon sind zwei Nightmares. Oh, ein Brunnen. Und... Okay, nochmal ein paar mehr von dem Staffer. Das ist nicht schlecht, aber brauchen wir nicht. Dann noch ein Camel Lucky Block. Okay, das brauchen wir gar nicht. Infinity. Nur Fledermäuse. Was haben wir für ein Pechzen? Plus 100er. Und dann den allerletzten Nightmare Lucky Block. Bitte. Oh, noch ein Bloodsword. Oh, Mann. Gut, das war's. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier zurechtkommen. Alter, sind das viele Fledermäuse. Und ja, dann gibt's am Ende tatsächlich ein fettes Battle, wo ich Angst vorhabe. Leute, wir sind jetzt auf einer anderen, ja, Abenteuer-Spiel-Spaß-Plattform. Und übrigens, fragt mich nicht, warum ich ein Bikini anhabe. Ich fand's einfach nur passend. Weil alle ziehen immer Badehosen an. Aber ich, ja, ja, Ben, der ist am Strand auch mal mit einem Bikini. Deswegen wollte ich mich mal anpassen. Ja, das stimmt. Wir haben hier die Rüstung, die wir gerade alles so an sich bekommen haben. Auch besser als die Sigma Boots zum Beispiel. Die Crystal Leggings macht zwar ein bisschen mehr an Rüstungspunkten. Beziehungsweise nur ein halbes mehr. Dafür haben die aber mega krasse Verzauberungen drauf. Deswegen macht es in die zu benutzen. Ansonsten die ganzen Waffen hier. Wir haben viele coole von diesen Magic-Teilen, die ich mal ausprobieren will. Ja, das haben wir uns gekauft. Ein bisschen hier, ein bisschen davon. Und ja, mehr eigentlich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich los. Deswegen mit dem ersten Battle. Bist du bereit, Ben? Let's go. Let's go. Alter! Was geht denn bei dir? Oh mein Gott. Kuckuck. Nein! Oh Mann! Habe ich mit meiner Portion wenigstens ein bisschen getroffen? Nö. Dann kann das zweite Battle beginnen. Guckt euch das mal an. Also diese Auswirkungen sind tatsächlich echt richtig gut. Deswegen gönne ich mir das mal. Und ja, dann können wir eigentlich los. Du hast keine Rüstung an, weißt du schon, ne? Oh, fuck. Oh, Mensch, da. Yo! Jetzt habe ich eine Rüstung an. Jetzt kann es auch losgehen. Ich hätte gedacht, dass ich wirklich treffe. Was geht denn bei dir, Ben? Alter! Junge! Wir müssen uns doch irgendwo auch battlen. Ich springe zu schnell und zu hoch und was weiß ich. Ja, tatsächlich. Oh, Dynamit. Ey, egal was ich mache, ich explodiere. Oh, ich habe keine Unendlichkeit, ey. Shit. Ich hatte überall Leiter hingemacht, aber nicht damit gerechnet, dass ein Dr. Banks hier mit 30 Milliarden Dynamit und TNT und was weiß ich, was kommt. Würde ich sagen, beenden aber das Ganze hier mal. Nein, 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 nicht beenden. Alter, was ein nicer Hit das war. Oh, mein Gott. Oh, Mann, jetzt können wir einfach noch eine. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, mein Gott. Zum Glück habe ich die eine gegessen jetzt gerade eben. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, Alter, bist du bald weggeflogen? Mache ich überhaupt Schaden? Äh, schwer zu sagen, weil ich negative Verzauberung habe. Komm. Oh, nice, nice, nice. Das hat sich gut angehört. Nein! Hilfe! Hilfe! Lauf, Alter, lauf! Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Wie die Zeitruppe sollen wir vorbeifliegen. Ja, komm, noch einmal. Und bitte jetzt. Nein, als ob du nicht gestorben bist. Niemal. Oh Gott, ich habe ja gar keine Rüstung mehr. Ups. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Game Mode Chesspit, oder was meinst du? Nein, ist es nicht. Oh. Oh, nice, Alter. Das wollte ich, das wollte ich, das wollte ich. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Komm, komm, komm. 3, 2, 1. Hit den, Junge. Hit den tot. Alter, überlebst du immer noch? Oh Gott, ich bin fast tot, Alter. Was geht ab? Mann, 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 Mann. Arena suboptimal zum Kämpfen, du musst ich sagen. Ja, tatsächlich. Aber keiner hat damit gerechnet, dass du Dynamit zündest. Oh. Jawohl! Alles ob. Ich habe mich nicht einmal mit meinem Neko Phantasia töten können. Ich habe mich so oft gehittet. Ich war aber echt leuchtig. Das sind jetzt ja nicht drei Herzen oder so. Okay, Leute. Selbst im Bikini keine Chance gehabt. Bis heute. Lasst aber den Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Einfach mal alle fett liken. Alter. Alter, mit dem Daumen. Weil mir geht die Welt runter. Und ansonsten genießt den Tag, Leute. Abonniert meinen Kanal. Jeden Tag neue Minecraft-Videos. Ciao, ciao. Euer Beatz. Tschüss.